Signal vom A- Okay, hat er gerade geflucht? Danke, Tony. Ich hab gerade zu tun. Okay, brauchst du Hilfe? Ja, ich halte die Geschütze aus. Mach ich. Und ich auch. Gut, wir treffen uns vorne. Stirn, Avenger! Wie ein Nachweise unter meinem Schuh. Monika hätte sie mit mir verbrennen lassen sollen. Was meinst du, Cap? Der Sender muss ein Köder gewesen sein. Irgendwie sind die Taten immer noch. Ihr erhebt euch gegen die Unaufhaltsamkeit des Fortschritts-Avengers. Es wird echt immer schräger. Was ist mit seinem Gesicht passiert? Ihr könnt nicht bremsen. Aber ich habe genügend Nebel, um die ganze Welt abzuheben. Avengers, kein weiteres Schiff verlässt die Quarantäne-Zone. Tony, setz die Triebwerke außer Kraft. Ich dachte, du fragst nie. Komm schon, George. Du tötest Unschuldige. Kein Sprüches, Stark. Untypisch. Vielleicht kann ich seine Schubdüsen ausschalten. Ach. Ach. Oh. Oh. uestainZone. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Inhumans sind eine Plage auf der Welt. Das hat Wege. Ich übernehme. Alle aufschwärmen. Verschafft mir etwas Zeit. Monika hat dich mit ihrem Gruppe. So ist Captain Rogers. Sie hat mich zu dem gemacht, was ich am meisten hatte. Ich bin bereit für den Tod. Zum Wohle aller. Das Ding auf seinem Rücken hat sehr viel Energie. Bin dran. Schalte seine Hauptschufdüse aus. Gute Idee. Dann könnte es klappen. Ich wollte nicht, dass sie sterben, Rogers. Ich wollte nur, dass die Welt sie nicht braucht. Es geht ums Hoffen, nicht ums Brauchen. Dann hoffe ich, dass die Welt nach mir ein besserer Ort sein wird. Der Zug ist wohl abgefahren, Kumpel. Der Zug ist wohl abgefahren, Kumpel. Ich bin bereit. Vorbereit. Erledigen. Jetzt, Cap. Scheiße die Energiequelle aus. Hören Sie aufhören! Dann nennen Sie mich nicht zu! Ich bin Ologan! Alle zusammen! Tu nichts, was du später da weißt! Nein! Bleib so! Er ist am Boden! Versammelt euch bei mir! Doch, nicht ganz! Jet, komm schon! Direkt hinter dir! Verdammt! Jemand ne Idee, Leute? Ja, schon unterwegs! Falls du genug Energie hast, Feuer frei! Und dein Schild wird fallen! Verstanden? Er lebt meine Macht! Er lebt sie! Hebeleid! Er lebt sie! Schlimmen! Wenn du nicht mehr! Er lebt sie! Arsch! Arsch! Er lebt sie! Er lebt sie! Er lebt sie! Er ist verletzend. Ihr versteht es nicht. Ihr könnt nicht anders als Menschen wehzutun. Nur ich kann euch auch halten. Was ist das für ein Ding? Eine Kree-Waffe. Cap, ich glaube, das Ding in seiner Stirn ist nicht nur zum Gutaussehen da. Wir haben größere Probleme. Ja, auf geht's. Du kannst nicht gewinnen. Ruf mit dir. Hier rüber. Geht an Bord. Kamala, Achtung. Ruta, Kamala braucht dich. Möge in die Flanke. Jetzt ist es. Zählende Erfassung, Lottwolf. Zählende Erfassung, Lottwolf. Zählende Erfassung, Lottwolf. Zählende Erfortun, Lottwolf. Vorsicht! Vorsicht! Krankenschädung! Du solltest mich nicht aus, Avenger! Ich hatte gedacht, du bist weg! Division geschwächt! Wir fliegen! Zeit! Ca! Ich glaub, wir gewinnen! Gewinnen wir! Jawohl! Nia! Geh! Das war's. Geschafft! Bringen wir die Leute in Sicherheit! Oh! Achtung! Ohne Anführer sind sie schon mal verborgen. Versuchen wir's nochmal? Mal! 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 Das war's für heute. 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 Oh! 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 Das war's für heute. Versteht ihr denn nicht? Ich sollte das Feri-Gen kontrollieren, die Supermenschen ersetzen. Stattdessen erschuf ich die Inhumans. Nein, so bringt man die Welt nicht in Ordnung. Wir, wir verdienen eine Chance. Ich weiß, dass du meinst, diese Kraft für das Gute verwenden zu können, aber du bist keine Heldin. Du bist nur ein Fehler. Die Einzige, die du noch überzeugen musst, bist du selbst. Vergrüßen! Ich bin hier der gute Kavala! Ich bin hier der gute Kavala! Die Inhumans werden zerstörerisch geworben! Sie täglich sind! Jetzt ... Was passiert hier? Oh nein, 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 nicht schon wieder. Hey. Du lebst. Wow, ganz ruhig. Du hast Mut, Kleine. Gut gemacht. An der Ohnmacht arbeiten wir noch. Aber du warst gut. In der Tat. Gut? Das war richtig krass. Danke. Hey, könnt ihr uns einen Moment... Was? Ich dachte die ganze Zeit, ich sei dein Mentor und... Ich hatte aufgegeben. Und was ich eigentlich sagen will ist... Danke. Tust du mir einen Gefallen? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Du hast Hausarrest bis du dreißig bist. Ja. Gut. Ab sofort nur noch Schule. Und deine... Deine Spezialausflüge. Wirklich? Oh, Abu! Ich bin so stolz auf dich, Beta. Aber... Wir sagen Ami nichts, okay? Okay. Komm. Haben wir Knabberzeug? Natürlich. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger.